Der Alokpreis zur Zeit der 1952, der Alokpreis war damals 270 Schweizer Franken, das war damals schon für Sie. Jetzt möchte ich jetzt schon mal von Ihrem Unschpreis wissen. Also, für 2.500 würde ich Sie nicht abgeben. Der Alokpreis wäre schön und müsste Wursch auch realistisch. Der Alokpreis wäre schon eigentlich die Schmerzgrenze, weil wir sind hier so bei 3.000 bis 3.500 Euro. Wir haben da, das ist auch voll lieber, hier ist noch der Bad Karchen. Also, da sind schon die auf schönen Uhren und die ist auch wirklich schön. Ich glaube, du hast genauso viel anregend, wie der Schöne Karten, schöne Ure, schöner Ball. Was soll laufen? Tolle Stimme, bei Niro. Tschüss, bei Niro. Ja, 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 ja. Wie gut, dass unsere Experten allen Auskunftsverhalten weiterhelfen können. Die Tischbrot ab mit Kolmar Schulte-Dotz. Was für ein hübsch, das ist schon ein, was soll man mit der Hand, Schulte-Dotz? Ich bin aus Finnland. Nee, da. Mit 2 N. Nee, nee, also genau so ausgesprochen. Ja. Und aus Finnland angereicht. Nein, aus Freiburg. Aus Freiburg? Ja. Also, der Klinge, der im Freiburg steht. Ja. So, und dieser Brun, der hübsch ist, diese Leder, also den wird gemacht aus Finnland, oder ist das Freiburg? Ja. Ja, das stand aus Freiburg. Also, es kommt aus Süd des Kinders. Ach, Westkinder? Ja, aus einem Landbuch, namens Wani. Aha, und wie kommt der denn das Freiburg? Ja, der Herr Bumsherr war der Paten, auch nicht meine Mutter. Ja. Und als er gestorben ist, hat er dann endlich an meine Mutter gemacht.